Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Shadeshot Live. Nachdem wir bei der letzten Folge ein 2 gegen 2 gemacht haben, spielen wir heute mal ein 1 gegen 1. So ist das. Genau. Eigentlich ist der J.D. Johann Johannsen nicht der einzige mit dem wir das spielen, aber der nimmt immer mit mir auf. Das ist lustig. Nein, zu hoch. Oh, meiner ist viel zu tief. Ja, immerhin. Ja, gut. Boah, ich hab auch voll die guten Waffen. Echt nicht so. Also ich hab so 3-4 gute Waffen. Nicht für diese Map hab ich nicht so die guten Waffen. Lass das klappen, mach ich vorab. Oh, ich hätte noch ein bisschen weiter schießen können. Nein, nein, nein. Ja, weil die kräftig nicht so. Nöööö. Kräftig. 2-mal. 3-mal. Double Damage. Ja, geh, geh. Testen. Du hast ja eine gute Position. Nein, ich hab die falsche Waffe genommen. Also ich kann nicht nur schweren treffen. Dann eigentlich eine andere Waffe nehmen. Tuffy, ich treff dich. Jetzt mit dem Schuss. Okay. Und, und, und. Ja, treff mich einmal. 4-Ziergerit. Ja, geh, geh. Okay. Also, ich bin soweit. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Weil du stehst ja so gut, ne? Ich hab echt ne richtig gute Position. Mit dem Hügel davor. Wow. Der mega dicker. Ja. Schon. Okay. Du triffst gleich die Granate auch noch perfekt. 72 Damage. Puh. Bis dann konnte ich mich noch ein bisschen bewegen. Naja. Bewegung ist in deiner Position. Position relativ. Ja, aber damit ich zumindest sie vielleicht treffen kann. Nein? Viel zu kurz. Nach mal 25 Schaden. Ja, das Problem ist, ich komm hier nicht raus. Jetzt kommt wieder der Random Ball. Der Hoverball. Ich find den so random. Bei mir kommt der Stein. Ja, geht rüber. Bei mir. Loll. Oh, jo. War mega knapp. Ja. Das hätt' ich gar nicht erwartet. Jaaa. GG. Genau in deiner Schussbahn. Ja. Aber ich seh jetzt auch nicht ein, meine Schussbahn zu ändern. One Bounce. Was? Ja. Ach. Scheiße. Oh, du hast noch einmal getroffen. Nein. Jetzt hast du in etwa die Bahn raus, wie du schießen musst. Ja. Ich schaue. Noi. Der müsste eigentlich hundertprozentig treffen. Spannend gerade, ne? Ein Leben hast du mehr. Jetzt stehst du wieder da, wo du vorhin schon standest. Aber ich sehe es auch nicht, einen meiner Wute zu ändern. Oh Gott, du triffst mich grad so viel besser. Und jetzt eigentlich wieder neue Waffen. Jetzt erstmal bewegen. Oh lol, wie viel Leben hast du? Oh, ich benutze meine neue Waffe, die ich grad bekommen habe. Water Balloon. Ich hoffe, ich treffe. Ja auch. Fies, ein bisschen. Nein, triffst nicht so. Ja, aber das krieg Google trifft dich. Jo, die macht ja mega viel Schaden. 61, ok. Ich habe 72 gemacht. Ich muss einfach nur Glück haben. Komm schon, bitte. Du hast ja neue Räder. Ja, ja. Level 30er Räder. Ja, die sollte ich aber auch schon haben, ne? Ja, das bist du auch. Ok, gut. Hat der viel zu weit geschossen. Boah, der Mega-Digger wieder getroffen. Du wärst so tot gewesen. Hm. Was schieße ich denn jetzt? Was? Komm schon, bitte ein Crit. Bitte ein Crit. Bitte ein Crit. Oh, schade. Oh, die Schaden. Vor allem, weil ich jetzt nicht so eine Bad. Oh, 40 Schaden hast du noch. Äh, 40 Leben hast du noch. Du hast weniger. Du hast 16. Ja. Boah, es wird mega spannend. Bitte, bitte, bitte. Äh, ich muss auf den. Ich muss einfach nur Glück haben. Das dürfte dann tot sein. Bitte, 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 bitte. Ja. Nein. Okay. Ja, GG. GG. Erstmal mal neue Räder dran machen. Mein Panzer. Ah, jetzt habe ich den Mega-Roller. Ne, den Heavy-Roller. So heißt der. Den Heavy-Roller? Ja. Habe ich noch gar nicht. Das ist die verbesserte Form von Roller. Noch ein Geben. Komm. Ja, warte kurz. Ich mach meinen Reifen noch. Und... Da. Unready. Doch. Perfekt. So. Dann muss ich nämlich nicht schneiden. Haha. Faul, ey. Das ist einfach der Wache. So. Oh. Guck mal, was habe ich denn? Ich habe... Komm, ich beginn direkt. Blöde Waffen. Und du bitte beginnst direkt mit dem Tunneler. Ne, mit dem verbesserten Tunneler. Torpedos. Die habe ich aber auch. Bin mir grad eigentlich. Warum habe ich mich nicht bewegt? Das war so dumm. Ich hoffe, dass du das wirklich schaffst. Jaaa. Das sind Tompedos. 66 Schaden. Läuft bei dir. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Muss ich tatsächlich sagen. Jaaa. Wahrscheinlich. nicht. Oh. Viel zu kurz. Deine trifft nicht. Oh. So. Oh. Bitte. Lass das treffen. Jetzt treffe ich. Komm. Go. Jaaa. Ich hab... Die... Ja gut. Was ist? Ich hab die Connection zum Server verloren. Mein Spiel hat sich geschlossen. Oh. G. G. Bei mir bist du noch drin. Ne. Jaaa. Jetzt bist du raus. Und jetzt freeze mein Game. Stark. Ach man. Perfekt. Wobei ich hab auch nicht so gute Waffen. War alles extra. Ich würd sagen dann mach ich hier einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich in der ersten Runde wieder. So. Da sind wir jetzt in der quasi dritten Runde. Haha. Richtig. Wow. Du hast ja viel mehr Amor als ich. Ja. Warte. Ich hab Amor halt Maximum gestrickt. Und Kripp Maximum. Und einen in Lack. Nö. 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 Ich bin jetzt auf... auf... ähm... Tank gegangen und sack. Komm du musst noch einloggen. Ey. Die machen so viel Schaden. Ja. Irgendwie ich glaub du liegst trotzdem noch irgendwie... Keine Ahnung man. Was ist jetzt hier los. Danke. Weiter gehts. Ja mein Internet ist da ein bisschen broken. Nö. Bisschen. Aber na gut. So lange du diese Runde noch schaffst. Komm stopp jetzt. Zack. One-Shot-Waffe. Auf gehts. Ja bitte nicht. Guck guck. Jawohl. Boah bitte lass das treffen. Nein. Das war ein Sub-Sniper. Ja hat man gesehen. Ach man. Regal. Jo. Komm schon. Okay. Ey. Sohn vor. Sniper. Hätte ich dir getroffen und wärst du tot gewesen. Ja aber ich hab dich jetzt da ganz schön gut drin. Jetzt kommt noch der ganze Shit dazu und dann bist du tot. Wie nett von dir. Ja. Kann hier überhaupt nicht rausschießen. Ja ich hab dir mal ein bisschen Platz gemacht ne. Wie nett von dir. Das werd ich so verloren. Scheiße. Hahaha. Mann. Okay aber dafür. Jetzt nochmal. Ich hab keine guten Waffen ohne Witz. Ja ich hab noch den Area Strike. Ja ich hab ja. Der kommt jetzt. Der kommt. Zipper. Flieg und Sieg. Ist noch 50. Okay. Dein Amor ist weg. Yes. Hahaha. Ich hab noch 5. Zipper, Flieg und Sieg. Du hast den nochmal. Hahaha. Jaja. Ja okay. Du bist tot. Ja. Ich hab noch 14 Leben. Weißt du warum? Weißt du was jetzt noch für eine Waffe kommt? Ja der. Wieder Earthcraig. Nein. Earthcraig hört nicht den Schaden machen. Ehrlich Banane. Ich sag du. Dich safe. Bitte. Ich hatte kurzzeitig Angst. Die Banane macht so viel Schaden. Ja. Ja hast du recht. Oh du hast doch auch Hoch gewonnen. Ich hab den. Five Ball. Ich hab den Five Ball. Den hab ich auch schon. Ja nice. Aber ich krieg irgendwie nie den Mega Digga. Das finde ich irgendwie komisch. Komm eine Runde noch. Tja. Eine Runde noch. Ja. Alles klar. Ne schnelle kurze Runde. Oh nein. Ja. Das wird ne schnelle kurze Runde. Ey. Aber jetzt kann ich mich nicht bewegen. Und wie du natürlich direkt abhust ey. Boah. Soll ich mal was probieren? Bring mir mal was. Go. Okay. Du musst ja. Jo der Boomerang. Achten zum Stichern. Aufpassen. Und jetzt irgendwas. Das. Okay. Unserweil. Ja. Wie hast du schon geschossen. Du kannst mich nicht bewegen. Mann. Danke. Okay. Jetzt kommt's. Was kommt denn jetzt. Jetzt kommt. Was kommt denn jetzt. Ein. Wasserballbaum. Oh lol. Das macht ja übel. Warum hatte ich. So viel Schaden. Ohne Witz. Du hattest die besseren Waffen für den direkten. Konflikt. Aber ich hatte so gute Waffen. Oh. Ich hab die verbesserte Form vom. Von diesem. Ähm. Frosch freigeschaltet. Also. Die verbesserte Waffe heißt jetzt Frosch. Ja. Aber das was ich auch geschossen hatte. Diese. Kaulgruppen da. Ja. Ja gut. Das war ne schnelle Runde. Ja gut. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Was ich jetzt noch machen kann. Ist den Daily Win Bonus abzuholen. Oh. Was bekommst du? Jetzt hab ich auf Exit gedrückt. Stark. Okay. Dann kann ich so lange schon mal. Die Folge. Beenden. Und. Lasst ein Like da. Und ein Abo. Genau. Lasst ein Like da. Wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und. Lasst ein Abo da. Damit ihr dann auch die Folgen seht. Und ich hoffe das jetzt. Shareshock Life mal langsam startet. Bam. Jetzt hört ihr auch mal den Start Sound. Zack. You make it. Und jetzt den Daily Win Bonus. Zack. Boah. Ich hab heute wieder nichts bekommen. Ich hab noch nie nichts bekommen. Ich hab 10 bekommen. Nice. Jawoll. Wäre besser gewesen. Aber na gut. Und an dieser Stelle hoffe ich dann. Euch hat zu fallen. Ist besser als nix. Na. Wenn ja dann lass ein Like da. Und dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.